Hier ist es Ach nee Echt idiotisch Lade nach Boomer Ja, Dreckszeug Alles voll mit diesem Schmierscheiß Los geht's Mach bitte Diese lang heißige Schlappe hat mich erwischt Lade nach Ich werde nicht in diesem Loch verrecken Rein ins Loch Kommt alle zusammen Ich lade nach Jetzt sind wir vorbei Hab die Tabletten Lade nach Heile mich mal ganz gut Das ist das erste Mal, dass ich möglichst früh aus diesem Tunnel raus will Oh Boosen Lade nach Was Hinten 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 Medikit Tabletten Tabletten Schnapp mir Splittergranaten Hinten 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 Z defensive Hinten 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 da war doch relativ weit, ja wir müssen da jetzt echt zusammen bleiben da ist schon durch die achterbahn da hochlaufen hier geht es gleich auf und dann kannst du da durchlaufen so jetzt durchlaufen ja für mich rennen, nicht rennen kevin wir müssen schon ein bisschen pieren immer auf den schienen bleiben dann kommen wir hier durch auf den schienen bleiben ok ich habe das karusseu angehalten das ist schön, gerade bist du jetzt auch Marvin? ja gut ist egal, ich hatte eh ganz wenig Papier ich finde keiner vergessen oh Marvin ist tot ja das ist doof hier, wenn der Rest aufstürmt du wolltest du mich verarschen du wolltest du mich verarschen tschüss Vorstellung einfach durch was? ruhig doch gerade willst du jetzt? wir sind alle tot ich habe halt Angst, weil ich die letzte Überlebende bin dass ich sowieso vergeige den habe ich doch schon eigentlich ausgelöst den muss killen, ganz schnell hinter dir Ups halt da bin ich hergekommen reload und weiter geht's so, wohin jetzt? da war der Pfeil ist, denk ich mal ja, da, hinter dir, hinter dir hinter dir ist ein Pfeil auf dem Boden dankeschön so much pressure oh das oh, 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 oh oh Gott ob ich das jetzt verkacke, ne? hol dir erst den Jockey immer und ich sag's grad noch ob ich das jetzt verkacke oh nein nein oh mein Gott das gibt's doch nicht Hilfe ich nehme mich jetzt rund um den Boden wir stecken hier ganz schön tief noch nee es war halt einfach vor der fucking Tür, ne? ich hab's jetzt danke Liebestunnel man leben wie einer verrückten Scheißwelt oh, schon viel besser ja, das geht eigentlich, was das hieß ja, sieht man ja, wie's geht naja aber wir sind ja nicht ganz oh Gott, nein, 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 nein ich hab nen guten Ob gefunden oh fuck, die meinen die Tür kaputt haha oh, so ein guter Ort so ein guter Ort so ein guter Ort nehmt ab aufpassen ich hör's und sag's Jockey wenn ich den seh, bleich ihm das Herrn raus Jockey 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 Jockey, muss er den töte ich jetzt wieder der ist ja nicht wichtig gewesen Lade nach auf dich Lade nach Lade nach ich hab' nicht so viel Muni verwenden sonst hab' ich nachher keiner mehr Das Wasser sieht unnatürlich aus. Hm. Darüber nachdenken. So, ich hab mich geopfert, viel Spaß. Oh scheiße, da sitzt die... Oh, komm, ernsthaft! Oh, dieses behinderte Spiel. Der abgestürzt. Halt euch, ich werde dich heilen. Achtung! Und? Nein, lass die Witsch doch blieben. Oh Mann! Ich bin wieder tot. Wie der sich einfach so überfreut, weißt du? Es ist unfassbar. Wir sind ein Team, wir spielen miteinander, nicht gegeneinander. Wir freuen uns nicht, wenn die anderen tot sind. Ich bin dasselbe gestorben. Ich fand's so lustig. Ich hab den Brenkanister direkt auf die Witsch geworfen und dann drauf geschossen. Und dann ging die Helle los. Brrrrrrrt. Ja, genau. Reinkämpf. Brrrrschel. Na geil, da hab ich auch endlich Schuss. Na toll. Oh. Achtung! Lade nach! Hier kommt ein Hunter! Lade nach! Ja, alles klar! Was war das denn jetzt? Na sorry, da waren halt... Nein! Ich meinte, ist der Jockey weg, kommt der Hunter auf mich drauf. Sowas gemeint. Whoo! Pffft! Ja geil! Ist weit gelaufen. Danke. Oh, jetzt Muni. Und Schmerzmittel und so. Da kommt ein großer. Nein! Was war denn das? Warum ging das Karussell schon los? Hä? Warum ging das Karussell schon los? Weil ich es angemacht habe. Ich konnte ja nicht wissen, dass sie so weit sind. Ach, ne. Hey, hier drüben. Genau das tut's. Komm, mach schon. Steh schon auf. Wo liegt Zara eigentlich? Ach, die ist schon drin. Nein, ich bin Rochelle doch jetzt. Ah, scheiße. Smoker! Nein! Los laden! Und vorbei. Wir hatten das echt schon angemacht, hey. Ich hab's angemacht, ja. Ich hab' nicht versucht, hier nachzulaufen. Ja, ja. Bin's nicht gewohnt, dass ihr halt einfach so weit rückhängt. Voll egal. Alles gut, alles gut. Ja, ich bin tot. Geht weiter. Nein. Schau dich mal um, Kevin. Ich bin gut und nicht ganz schnell. Ich lade! Lade nach! Bist's. Er kommt. Ja. Ja. Ja, ja. er ist auf Blick er schmeißt mich halt noch runter, je Idioten 18, da kommt ein Hunter Marvin okay er ist runter gesprungen Hunter vor dir Marvin nicht gesehen und tschüss shit ich kann jetzt mal nicht kopflos nach vorne, sondern warte auf euch ich glaub wenn wir zu, Minimum zu dritt auf der Dings sind, auf diese Achterbahn nenn ich's mal, müssten wir's schaffen wir sollten klären, lass dich bei dir mit dir mit dir mit dir Benedikt noch eins nein, nein nein wartet mal, muss mich heilen ich hab die Rechnung ohne den NPC gemacht jetzt geht's gut ups hm ach 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 ich hab' das ist grad mal die zweite Mission und nicht die dritte mhm und jemand wollte das Spiel auf schwer stellen ja, wir müssen da bei dem Karussell einfach nur schnell sein, das ist alles ja, aber wir müssen auch zu, zu dritt wär gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein Witches im Wasser, vielleicht schaffen wir's um sie, okay ach man ich hab sie aufgeschreckt, tut mir leid das wir aufgeworfen sie Audio ich hab mich vier gut wir hier ich hab ich dir nichts ich hab sie Die Tabletten sind meine. Kommt da schnell durch und dann die Tür zu. Aber da hat's ja keine Tür. Idee war gut, aber... Gut, machen wir's zusammen. Wo denn? Staunend. Hm. Wieder zu weit gelaufen, nicht im Kopf. Oh man. Nein, einfach hier hinten rein. Nein! Da hat's ein Model Tov hier in der Ecke. Welche Ecke? Welche Ecke? Oder hat schon einer? Ja. So. War alles soweit. Blumen? Schwester, du musst echt schießen lassen. Ach mir nicht für die Flinte, Alter. Hier könnt ihr euch nicht zum Banken haben, nicht zum machen. Ah! 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 Danke! Kommt ihr? Ich bin hinter dem auch hin. Wo ist der... Wo hast du die anderen zwei? Sarah bewegt dich? Keine Ahnung. Ich bin da. Ich bin nicht so schnell. Ich bin nicht bei dir. Boah, dieser scheiß Charger. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Ach, der ist... Dankeschön. Ich bin ein bisschen langsamer. Alles gut, alles gut, alles gut. Du musst laden! Lade nach! Sarah, wo bist du? Ich bin hinter euch. Irgendwo. Sarah, wo bleibsch? Ja, irgendwo. Ich bin halt leider recht langsam. Jetzt it. Auf den Schienen bleiben! Oh, genau das tut's. Hier schleicht so ein hinterhältiger Scheiß Jockey. Ah! Du bist ein bisschen zu schnell. Jockey! Granate! Achtung! Muss nachladen! Danke! Da war vielleicht nicht so ganz produktiv. Lade nach! Die Brand dahin. Nein! Tschöke! Echt nicht! Okay, Dings ist aus! Was? Ach, scheiße. Ich bin down. Krass, äh... Ich muss laden! Da ist noch ein... Doch, auch noch ein Tank! Ja, leck mich doch! Wo müssen wir hin? Hier, die Däle sind beinahe. Hier geht die Rappe hoch! Ach, shit! Tsssss! Nein! Ah, Mann! Ah, Mann! Pontius! Aber f*** der Tank! Ah, der Tank hat uns echt geholt. Fuck. Da im Minimum zu dritt müssen wir da echt sein. Wohl wir laufen gleich den Weg weiter halt. Die ist da, wo es den Pfeil lang geht. Naja, hab mir leider nicht gewusst, wo der weg ist. Ja, vielen Dank für dich. Achso. Ja, gut. Da ist vielleicht durchgekommen. Ich mach das schon. Ja, die Frage, wer alles durchkommen muss, weißt? Oh, ja. Da brauchen, glaub ich, nur einer. Einer. Okay. Und zur Noten müssen wir in Warten, bis der Rest gestorben ist. Da ist ja direkt da hinten der Schutzraum dann. Achso, den hat's bei mir noch nicht angezeigt. Ne, da bin ich doch vorhin fast hingelaufen. Achso. Ich hab doch die Tür schon gesehen und dann hat mich der Jockey gekillt. Deswegen hab ich mich hier so aufgeregt. Na gut, aber das Problem ist nicht... Da mal. Was ist das Problem? Ach, dein Ernst? Ja, also diese Feuergeschosse sind für den Arsch. Hab ich gesehen. Oh, Jockey. Ich bin ja der T-Witch. Ich bin ja der T-Witch. Adrenalin schuss hier. Nehm Splittergranaten. Ja. Ups. Ja. Danke. Oh Mann. Ooh. Das ist das erste Mal, dass ich möglichst früh aus diesem Tunnel raus will. Da ist ein Heli! Ah ah, liegen gelassen wird hier nichts. Oh, genau das tut's. Schnapp mir einen Schuss! Dieser Mist tut echt weh! Lade nach! Lade nach! Achtung! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Raus aus dem Blime! weiß ich ob das soviel bringt wie das Ding doch doch ich glaub schon ich bin halt jetzt nicht soviel Muni für Studenten wenn mir die nachher noch voll ich hab immer Muni Probleme ich schieße sie nur mit der Pistole, der du dann endlich mal her ich weiß wo die Wisch sitzt ey ah da sitzt die Wisch boah die Wisch sitzt halt genau daneben ich hab... NEIN Ernsthaft ging die schon im Gitter fest und du hast dich trotzdem erwischen gelassen so jetzt offen? ja ok Info und dann fragt ihr euch gleich wieder wo ich festhälte was ist er? eieieiei not enough not enough not enough not enough not enough ein Charger ein Charger hui hui war ja traumatisch und dann sind wir noch zu dritt oder? ja ich bin ein bisschen hinter euch aber ja auf den Schienen bleiben hm ich werd grad von nem Hunter zerlegt aber das ist mir jetzt auch egal nein ich bin runtergefallen ah wo bist du hingefallen? wie kommst du wieder hoch? gute Frage gar nix na toll na toll oh will I am trying am trying am trying am trying hab versucht es halt zu Ende zu bringen ja? ok das wird sowieso nichts wenn ich mich so umgucke man geht ne scheiß Ding mal auf was willst du? ach so falsche Richtung ok da lang ups sorry kein Wort auf Saar vielleicht irgendwie wobei die humpelt die holte ich nie die humpelt die humpelt ich bin im Schutzraum ja das ist schön für dich dann mach doch mal die Tür zu und guck was passiert aber wahrscheinlich wenn ich noch am Leben bin funktioniert das ich warte ich mir noch später die kommt auch nicht rein hilf mir halt kurz Kevin nein sonst stimmt er dabei noch lass gut sein alles gut ja cool life siehste ich häng nämlich jetzt fest siehste ja mann haha okay ne ich natürlich du w w w w w w